Nun schauen wir uns Kollisionen an. Wir haben einen Ball, der ein physikalisches Objekt ist und mithilfe der Sensoren gesteuert wird. Um eine Kollision zu haben, brauchen wir nun ein anderes Objekt. Hier holen wir ein Objekt aus der Medienbibliothek. Dieses Objekt müssen wir nun als festes Objekt definieren. Dazu brauchen wir den Baustein Setze Bewegungstyp auf. Und als Bewegungstyp definieren wir Andere prallen davon ab. Nun prallt der Ball von diesem Objekt ab. Was cool an physikalischen Objekten ist, dass wir Kollisionen ganz einfach messen können. Wenn nun eine Kollision mit dem Ball passiert, können wir diesem Objekt ein bestimmtes Verhalten geben. Dazu brauchen wir den Baustein Wenn physikalische Kollision mit. Im Dropdown-Menü wählen wir unser Ballobjekt aus. Nun können wir unseren Objekt-Taster ein Verhalten geben, das ausgeführt wird, wenn die beiden Objekte miteinander kollidieren. In unserem Fall soll er einen Klang von sich geben, sowie seine Farbe ändern. Probieren wir das Programm wieder aus. Wir können natürlich auch den Ball einfach halten geben, wenn er mit Taster kollidiert. Dazu gehen wir zu unserem Ballobjekt und wählen hier wieder den Baustein Wenn physikalische Kollision mit aus. Diesmal wählen wir aber als Objekt Taster. Wenn die Kollision stattfindet, soll unser Ball kleiner werden. Probieren wir unser Programm wieder aus. Wie du siehst, können wir ganz leicht Kollisionen machen. In der nächsten Aufgabe kannst du nun probieren, ein Spiel mit Kollisionen zu entwickeln.